Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days Hotel mit Synapsen-Klatscher, hallo. Hallo. Eingeladen hab ich dich, oder? Ja, ich bin schon... Gut. Das geht dann von alleine aus. Ähm, folgender Plan. Ich bin planlos. Irgendwas wollt ich machen. Ja gut, die brauche Sekunden. Halten wir jetzt noch durch. Achso, die erste Werkbank ist fertig. Die zweite dauert noch. Und das zum Thema. Ja, ich guck dir alles ab und ab. Und ja, ich mach doch so wie du, weil es ist... Gefällt mir einfach, ne, wie man hier sieht. Kiste, Schild, Schild, Kiste. Oh, hat sie hier. Kiste, Schild, Kiste. Hm. Gut. Äh, vier Minuten und noch auf was musst du warten. Ich du die bei mir an der Werkbank herstellen. Wieso gibst du mir eigentlich einen Schraubenschlüssel der Stufe 6? Sag mal, bist du blöd? Äh, wieso der Stufe 6? Also ich hatte noch nicht schonmal einen Schraubenschlüssel der Stufe 6. Echt nicht? Ich hatte auch einen. Die Schreiberin. Sie haben einen anotherel. Ich bin jetzt기를 dr scholarship. accochen. Wieso? Das ist dass wir kann? Ich hab auf jeden Fall jetzt hier einen Schraubenschlüssel der Stufe 6. Okay. Schön. Wenn der dir nicht gehört, ist er jetzt meine. Na ja. Wird glücklich. Ich wusste, dass ich einen Schraubenschlüssel der Stufe 5 hatte. Nun, den hab ich mir in die Kiste reingehauen. Na, da sind wir noch hier. Ich habe deine Werkbank nach meiner gebaut und ich hab deine gerade abgebrochen. Da kann man Schraubenschlüssel Stufe 6 raus. Okay. Na ja. Hast du einen Geschenk gekriegt? Da kannst du meinen dann gleich nehmen von der Stufe 5. Danke. Werkbank. Also deine Werkbank wird gerade in meiner Werkbank gebaut. Ja. So, da ist in der Kiste drin. Na ja. Na ja. Was wollte ich eigentlich machen? Das hab ich doch schon wieder vergessen. Achso. Na ja. Was wollten wir? Will ich noch fix. Verfragen. Und bau dann auch so deine Werkbank hin. Na. Ich setz dich hier 2 Teile mal hin. Ja. Na. Na. Hattest du mir doch gestern schon gezeigt. Gut. Na. Also 5 Minuten einfach. Dann kannst du dir die aus meiner Werkbank raus holen. Na. Na. Und wir gehen jetzt so fleißig looten. Ich muss ein paar Autos auseinander nehmen. Holz, Steine, Essen, Trinken und so. Hab ich dabei. Wenn du geschmiedetes Eisen hast, kannst du hier unten die Türe reparieren? Kann ich machen. Ähm. Oh. Äh. Ja. Liebe Zuschauer. Es gibt mittlerweile die Schreikönigin hier. Ja. Wir haben ja auch schon ein Spielstadium über 50. Warum hast du eigentlich 57? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit den ganzen Spielstadiumen. Je höher der Spielstadium, desto mehr Zombies kommen, desto härter werden auch die Zombies. Ja. Das ist mir schon klar. So. Ich bin Löffel 24. Du bist 17. Ich hab 545 Kills. Du hast 150. Ich hab 1 Spieler kill. Ich bin 14 mal gestorben. Und bin trotzdem plus 52. Das ist irgendwie ne komische Berechnung. Irgendwas stimmt da nicht. Oh. Oh. Soll mir recht sein. Können sie mir ja ganz gerne die Low Bobfisher geben? Und dann können sie mir die krassen Fischer zuschicken. Soll mir recht sein. Ja. Soll mir recht sein. durchgeschossen läuft kann man das Auto auseinander friemeln ich glaube hier war auch noch ein Hund jetzt schießt er mal los also nachts Zombies kaputt machen das ist echt ne Herausforderung warum läuft denn der nach links ich verstehe das nicht ich bin hier verdammte Scheiße ich hab das letzte mal überhaupt gekriegt nicht immer zum Blutmund nein hab ich nicht immer zum Blutmund wie voll ist er denn in Blauarbeiten kurz vorm Ender der ist immer noch rot ach stimmt ja du bist ja gestorben ja das muss ich immer am liebsten machen das Len ist immer noch aktiv und es ist jetzt 21 Uhr 22 so meine Werkbank ist oh quatsch shit so 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 eigentlich müsste ich ja nochmal ins Grünland zurück so ich bin infiziert ich bin infiziert ach naja ich hab ja auch Pilgen zu Hause ne das ist ja nicht Was ist das? 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 So, da können wir gleich mal Ende ein Hammer machen. Der Stufe 4. Was ist das? 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 Ich habe einen Dollar in der Kalkstätze gefunden. Ich habe einen Schatzkorre. Was ist das? Was ist das? Die Nägel nicht. Die kann man kaputt machen. Feile klein machen. Verbände. Ne, ich brauche das 3er. Na gut, ein paar mehr. Ich lege mir 2 rum. Ok, ich lege mir 3er rum. Ok, ich lege mir 3er rum. Sechs Stück. Ich werde etwas fördern. Ach, die Kaffeebohnen braucht eigentlich keine Sachen. Ich lege mir 3er rum. Ach, ich lege mir. Ja. Ich lege mir das so gut. Es ist das so gut. Wir schauen uns. Denen ein paar Kaffeebohnen können. Was ist das? Ich lege mir 4-1-2-2. Ich weiß auch gar nicht wo ich bin, aber ich glaube das ist wie eine alte Werkstatt. Ich weiß auch gar nicht, was ich bin. Das war's. 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 Und was machst du? Ich hab grad einen Zombie getötet. Ja, ich kann auch Zombies töten, ohne zu sterben. Ja, ich kann es nicht mehr. aber jetzt stimmt aber hält dann immer viel gefällt was machst du mal die damen was sonst gibt sie in kippsen und Das läuft ja bei dir Seh ich auch so. Richtig gut sogar. Ich hatte von uns irgendwo eine Leiter noch oben hier. So jetzt ist mein Malus auf... zur Hälfte... voll. Mann ey, das küsst mich ja nicht. Mir ist kalt. Achso. Du hast nichts an. Ja. Das ist mein Kreuz zu eigengefällen. Uff. Ach ja. Was für ein Taschenmesser hast du denn du? Kann ich dir gerade nicht sagen. Malen. Und jetzt ist er los. 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 Und jetzt ist er los.